Im guten Tag. Hallo, Poli-Mimmel. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich musste leider nach- Ich musste noch zu Ende fachen. Ja. Wir haben leider schon angefangen. Egal, mach man nochmal von neu, weil das ist... Wieso bin ich hier enserter? Der Porno, der Porno. Die Porno hatte Überlänge. Tut mir leid. Was? Der Porno hatte Überlänge. Achso, okay. Achso, Nachspiel, hm? Was? Ne, ne Nachspielzeit. Ich hab mir noch, ich hab mir noch die Outtakes angeguckt. Prozent 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 da 6D die ja die kam mit meiner Leitung Prozent die 5Gb Prozent